Hallo liebe BFC-Fans, ich hoffe euch und euren Familien geht es gut. Ich wollte mich nur persönlich nochmal bei euch bedanken für diese großartige Unterstützung, gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit. Ich kann nur sagen, bitte macht weiter so. Wir stehen das zusammen durch und gewinnen gegen den FC Corona. Allgemein gewinnen wir gegen Corona, dass das alles endlich ein Ende hat. Daher wünsche ich euch weiterhin viel Gesundheit, euch und euren Familien, sodass wir euch bald wieder am Stadion begrüßen können.